Der erste Kuss. Was für ein Moment, so schön, so viel Pricken in der Luft, so viel Spaß und Freude und Vorfreude vor allem. Und doch gibt es viele Fehler, die man machen kann, damit es genau nicht zum ersten Kuss kommt. Und in diesem Video geht es um acht Fehler, acht typische Fehler, die viele Männer machen. Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, Martin. Und der erste typische Fehler, den ganz viele Männer machen, ist mangelnde Hygiene. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Entweder die Typen riechen so, als wären sie gerade aus irgendeiner Deodorantflasche, also in so einen Deodorant-Zaubertank gefallen und haben einfach so eine fünf Meter Wand um sich drumherum, wo sie nach allem riechen, aber bloß nicht nach sich selbst. Oder sie riechen nur nach sich selbst von vor drei Tagen oder manchmal auch drei Wochen, aber nichts anderem. Beides nicht besonders sexy, meiner Meinung nach. Hygiene, Hygiene, Hygiene. Achte einfach, ich bin kein Fan davon, dass du übersterilisiert sauber sein sollst, aber hey, halb einfach frische Klamotten an. Dusch dich einmal am Tag und putz dir zweimal am Tag die Zähne. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du merkst, dass du einen wahnsinnigen Mundgeruch von Hause aus hast oder andere sagen dir das, geh mal zum Zahnarzt, geh mal zum Arzt, lass das checken. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Denn du kannst noch so ein sympathischer Typ sein. Wenn du auf 30 Zentimeter unerträglich für jemanden bist, hat keiner Bock mit dir rumzuknutschen. Also, achte auf deine Hygiene. Nummer zwei, warum es auch nicht zum ersten Kuss kommt, sind langweilige Dates. Kaffee-Dates, wie ich die nenne. Und das ist ja so klassisch, dass man sagt, hey, vielleicht treffen wir uns mal auf einen Kaffee. Ist ja auch ganz nett. Für mich ist ein Kaffee-Date, ich lerne jemanden kennen. Aber besonders prickelnd wird es da nicht, weil irgendwo in einem Kaffee sitzen, Kaffee trinken, auf zwei separaten Stühle, ist vielleicht noch Nachmittag, 16 Uhr, draußen laufen noch Kinder umher, die Oma sitzt nebenan am Tisch. Das ist irgendwie keine so richtige Knutsch-Atmosphäre. Wenn ich mich mit jemandem treffe und ich habe Bock, dass das knistern wird, dass es Spaß macht, dann sorge ich doch dafür, dass es eine Umgebung ist, wo das möglich ist. Da treffe ich mich vielleicht nicht am Nachmittag zu einem Kaffee, sondern treffe ich mich vielleicht am Abend in einer Bar. Oder wir gehen am Nachmittag spazieren irgendwo, wo nicht so viele Menschen unterwegs sind, wo man vielleicht im Park hinter einer Hecke verschwinden kann, hinter einem Baum verschwinden kann. Oder weißt du, irgendwas in dieser Richtung. Alles andere als langweilig. Und natürlich auch ein typischer Fehler, Nummer drei, zu früh küssen, beziehungsweise nicht genug Vertrauen aufgebaut haben. Ist tatsächlich kein grober Fehler, weil ich kenne viele Frauen, kenne auch viele Männer, einfach ein bisschen, wenn die Lust in Wallung kommt, sich rüberzulehnen und die Frauen dann das Gefühl so, ich weiß auch nicht, ob ich dir vertrauen kann und dreht sich deswegen weg. Ist nicht weiter schlimm. Das ist mir schon dutzende Male passiert. Ist okay. Lächle einfach drüber. In aller Regel lächeln die Frauen da auch drüber. Und du hast erst nur ein Feedback bekommen. Pass auf, es geht mir gerade zu schnell. Geht mir gerade zu schnell. Tief durchhaben. Weiter mit der Frau einfach reden. Mehr Vertrauen aufbauen. Und nach ein paar Minuten gerne nochmal probieren. Und der vierte Fehler, warum der erste Kuss nicht gelingt. Du erkennst die Signale einfach nicht. Jeder Mensch sendet Signale aus, ob ich das gut finde, ob ich das nicht gut finde, ob ich skeptisch bin, ob ich neugierig bin, ob ich Spaß habe, ob ich keinen Spaß habe. Jeder von uns sendet die Signale aus, weil die eben nonverbal ausgesendet werden. Die werden teilweise körperlich gezeigt, über die Körpersprache. Sie werden aber auch über Pheromone etc. pp. ausgesendet. Das tun wir alle. Und es geht an unserem Bewusstsein vorbei. Interessant ist, wenn du häufiger in Flirtsituationen bist, viel flirtest mit Frauen, wirst du irgendwann Signale eindeutig erkennen. Wenn du aber jedoch nur ganz selten mit Frauen flirtest, hast ganz selten Umgang mit Frauen, hast vielleicht sogar ganz selten Umgang generell mit Menschen, checkst du diese Signale nicht. Oder du schätzt sie noch komplett falsch ein, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass die auf dich gemünzt sein sollen. Da kommen wir nämlich gleich schon zum fünften Fehler. Du glaubst einfach nicht, dass Frauen dich küssen wollen. By the way, diese ganzen Fehler sind Teil eines Blogartikels. Wenn du es ausführlich lesen willst, drück hier oben drauf, kommst du zum Blogartikel. Wo waren wir? Genau, du glaubst einfach nicht daran, dass eine Frau dich küssen will. Dass sie wirklich Lust hat, dich zu küssen. Dass sie das vielleicht nur macht, um eine Beziehung einzugehen. Aber alles Sexuelle lehnt sie im Herzen ab, weil es ist so widerlich und eklig. Und ach, ach. Das klingt jetzt vielleicht überzogen, aber ich habe viele Jahre so gedacht. Und ich kenne viele Männer da draußen, die auch so gedacht haben. Hat häufig was damit zu tun, dass die Eltern nicht eine gesunde Sexualität in ihrer Beziehung gelebt haben. Dass sie das nie vorgelebt bekommen haben. Dass sie nur eine Heilige an Mutter erlebt haben. Und das haben dann Männer transferiert auf ein Frauenbild. Frauen haben wenn überhaupt nur Sex oder wenn überhaupt nur das, um dem Mann zu gefallen und um eine Beziehung zu haben. Aber eigentlich haben sie da überhaupt keinen Bock drauf. Klingt jetzt, wenn ich das jetzt erzähle, total lächerlich. Weil ich habe so wunderschöne Erfahrungen mit Frauen gesammelt, die noch mal viel mehr Spaß hatten, garantiert, als ich zum Beispiel. Aber ja, das kann ein Grund sein, warum es nicht zum ersten Kuss kommt. Weil du in deinem tiefsten Herzen glaubst, nein, Frauen wollen das nicht. Und das ist tatsächlich ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz, an dem lässt sich arbeiten. Daran lässt sich sehr gut in einem Coaching arbeiten. Deswegen kommen Leute zu uns, um genau an solchen Glaubenssätzen zu arbeiten, diese aufzuarbeiten. Denn Glaubenssätze motivieren deine Handlung. Wenn du den Glaubenssatz nicht mehr hast, Frauen wollen nicht küssen, sondern du hast stattdessen den Glaubenssatz, Frauen haben Spaß an Küssen und ich bin ein schöner, interessanter, liebenswürdiger Mann, wirst du ganz neue Handlungsfreiräume und Handlungen eingehen, die plötzlich auch zu ganz neuen Ergebnissen führen. Darum, Frauen wollen küssen. Fehler Nummer 6 gehört mit zu den Signalen. Aber nochmal speziell, du erkennst nicht, wenn eine Frau einen Separierungsvorschlag macht. Ganz großes Kino, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Manchmal bewusst, manchmal ganz unbewusst. Also auf Partys habe ich das schon erlebt, dass ich erst später gecheckt habe, als sie nämlich sich 20 Minuten mit mir unterhalten hat und dann meinte, hey, wollen wir mal da drüben hingehen, da ist gerade ein Platz frei geworden. Und ich so, ne, ist gerade ganz schön hier, ich trinke hier weiter, mein Bier. Und dann später so, Alter, was war denn mit mir los? Manchmal habe ich es auch ganz bewusst geschneit und wenn ich keine Lust hatte, mit der Frau zu küssen, habe ich gesagt so, oh nee, danke, ich bin ganz zufrieden hier. Ja, aber tatsächlich, wenn jemand interessiert und neugierig ist, dann lassen die sich auch was einfallen, um sich mit dir zu separieren. Hey, lass uns doch, ich möchte gerne eine rauchen, wollen wir kurz rausgehen? Hey, guck mal da drüben, ist es viel ruhiger, lass uns doch mal dahin gehen. Hey, ich habe Durst, was zu trinken, wollen wir mal zur Bar rübergehen? Und, 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 und. Und ganz viele Männer stehen voll auf dem Schlauch und checken das nicht. Dabei ist aber ein komplett natürliches Verhalten, weil ich weiß jetzt schon, alle werden denken, warum sagt die das denn nicht direkt, dass sie gerne mit mir Zeit verbringen will? Wer tut das denn schon? Wer tut denn schon? Also jeder lässt sich doch eine veranscheidige Ausrede einfallen, um mit jemandem Zeit zu verbringen. Wenn er noch unsicher im Kontakt ist. Hey, ähm, guck mal da drüben. Also wer kennt denn das nicht, dass du dann sagst, hey, guck mal da drüben ist gerade was freigewonnen. Guck mal, wie schön der Sternenhimmel aussieht. Lass uns mal hier rübergehen, da ist es ein bisschen dunkler. Und, und, und. Das kenne ich selber von mir auch, weil es fühlt sich halt unangenehmer an, ganz ehrlich zu sagen, hey, ich habe Lust mit dir zu knutschen, lass mal da rübergehen. Da muss man sich schon sehr sicher fühlen, um diesen Move zu bringen. Und deswegen eher durch die Blume, hey, lass uns doch mal da drüben hingehen, da sieht es bequemer aus. Separierungsvorschläge und diese wahrnehmen. Fehler Nummero sieben. Fehler Nummero, Fehler Nummero sieben. Aus einer kleinen Sache ein riesen, riesen, riesen Ding machen. Ja, ich weiß, küssen ist magisch, küssen ist wirklich wundervoll und ist total geil. Und gerade dieser Moment, bevor es kommt. Wow, episch. Aber es ist am Ende auch nur ein Kuss. Ein Kuss. Es ist vielleicht der erste Kuss und der ist was Besonderes, aber es ist trotzdem nur ein Kuss. Ja, und ganz viele Männer verrennen sich daran total, indem sie Unglaubliches da rein projizieren. Aber hey, es ist nur ein Kuss. Küsse sie. Ich kann das aus meinem Leben ganz klar berichten und ich kenne das von so vielen Coaching-Gesprächen und von Gesprächen mit Männern, die Schiss halten, jemanden zu küssen, weil sie auch super große Erwartungen hatten und super große Bilder aufgezogen und tralalalala. Und wenn sie es gemacht haben, selbst wenn es nicht erfolgreich war, haben sie sich einfach mal wie der geilste Typ überhaupt geführt. Es ist nur ein Kuss. Bitte überbewert es nicht. Damit stehst du dir nur im Weg rum. Und das bringt mich nämlich zum achten Punkt, der auch damit zusammenhängt. Sie warten auf den perfekten Moment. Sie warten darauf, dass eine Sternschnuppe am Himmel lang fliegt, während ein Einhorn an ihn, während sie auf einem Einhorn reiten und die Haare gerade perfekt liegen und, 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 und. Und das Warten auf den perfekten Augenblick für den Kuss, wo es sich so richtig anbietet. Leute, die auf den perfekten Augenblick warten, vergangsgenau, weil sie alle perfekten Augenblicke vorbeigehen lassen. Der perfekte Moment entsteht meistens erst in der Retrospektive, wenn ich mich daran zurückerinnere. In dem Augenblick war es vielleicht alles andere als perfekt. Vielleicht war es ungemütlich, irgendwie auf der Couch sitzend, vielleicht auch irgendwie gerade voll laut von der Musik und so weiter und so fort. Aber zurückerinnernd wird es sein, so wow, wir waren voll eng zusammengesessen und die Musik war um uns drumherum und wir fühlten uns wie so eine kleine Blase und dann haben wir uns leidenschaftlich geküsst. Das passiert aus der Erinnerung, weil wenn wir ein gutes Gefühl haben, fangen wir plötzlich an, in diesem Gefühl, alles was drumherum ist, das darin einzubetten. Und dann wird es total schön. Also warte nicht auf den perfekten Moment, den perfekten Moment kreierst und den Augenblick, wo du es machst. Warte nicht zu lange, sondern es ist nur ein Kuss. Von daher, nochmal kurz zusammengefasst, achte auf deine Hygiene, hab Eier, trau dich den Schritt zu gehen, achte natürlich auf das Vertrauen dabei, achte ein Stück weit auch auf ihre Signale, aber vor allem küsse sie. Küsse sie und im schlimmsten Falle war es halt zu viel. Ich habe es nur einmal erlebt, dass eine Frau deswegen ein Date abgebrochen hat. In aller Regel war es eher so, hey, passt vielleicht einfach nicht, biologisch. Das ist tatsächlich auch ein paar Mal vorkommen, wo sie so, knistert einfach nicht bei mir. Oder sie sagt halt, geht gerade zu schnell, mach mal langsam, Cowboy. Aber das auch mit einem Lächeln in den Augen. Denn generell finden es Frauen ziemlich toll, wenn ein Mann bei Bewusstsein, also nicht zugesoffen bis oben hin, sondern bei Bewusstsein mutig ist und zum Ausdruck prägt, ich finde dich geil. Das waren die acht Fehler. Hier, wie gesagt, nochmal der Artikel dazu, beziehungsweise der ist auch unten in der Infobox drin. Klick da mal drauf, lies ihn dir durch, wenn du genaueres darüber wissen möchtest. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass du keinen dieser Fehler machst. Mach sie einfach nicht. Ich kann es einfach, mach sie einfach nicht. Und ansonsten, wenn du mehr darüber wissen willst, da tauchen, piu, piu, zwei weitere interessante Videos für dich auf, drück da einfach mal drauf. Und natürlich, wenn du neu bist, abonnier unseren Kanal. Einfach hier draufklicken, die Glocke aktivieren, damit du jedes Video mitbekommst.